Der Spänesauger Steinbock Inox ist ein Kraftpaket im durchdachten Baukastendesign. Seine Stärke? Getrenntes Entsorgen von Spänen und Flüssigkeiten. Große Mengen Staub, Flüssigkeit oder Öl sind für den Industriesauger kein Problem. Seine zwei leistungsstarken 1200 Watt Bypass-Saugturbinen sind einzeln zuschaltbar. Zusammen liefern sie eine Gesamtleistung von 2400 Watt. Getrennte Luftströme sorgen für eine separate Motorkühlung. Der Anschlussstecker mit einem 8 Meter langen Kabel versorgt die 230 Volt Motoren mit Energie. Im Betrieb sind die Motoren laufruhig, kraftvoll und wartungsfrei. Der großzügige Edelstahl-Schmutzbehälter mit 73 Litern Volumen bietet reichlich Raum für lange Arbeitsintervalle, ohne dass Sie den Sauger häufig leeren müssen. Ein Späne-Emulsionstrennsystem filtert die festen Teile aus Flüssigkeiten, sodass diese separat entnommen werden können. Mit einem Ablassschlauch werden Flüssigkeiten ganz einfach aus dem Behälter ausgeleitet. Ist der Sauger voll mit trockenem Sauggut, kann er dank des praktischen Kippbehältersystems schnell und komfortabel entleert werden. Auch bei schwerem Sauggut geht das Entleeren leicht von der Hand. Robust ist das aus Stahl gefertigte Fahrwerk, das für zusätzlichen Korrosionsschutz auch pulverbeschichtet ist. Die zwei großen Bock- und zwei kleinen Lenkrollen machen das Gerät bei jedem Arbeitseinsatz flexibel und mobil. Der ergonomische Schiebebügel sorgt außerdem für leichtes Steuern von Einsatzort zu Einsatzort. Das Reinigungsgerät ist mit einem oberflächenvergüteten Euronorm-Filter für große Filterkraft und lange Standzeit ausgerüstet. Deshalb liefert der Spänesauger hervorragende Abscheideergebnisse bei der Abluftreinigung. Ein manuell bedienbarer Filterrüttler sorgt außerdem für die Reinigung des Filters. Mit seinen praktischen Funktionen im durchdachten Baukastendesign, dem großen Edelstahlbehälter und dem schlagfesten Motorkopf aus Polypropylen steht der Spänesauger Steinbock Inox für einen besonders hohen Qualitätsstandard. Untertitelung des ZDF für funk, 2017